Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einer weiteren Bitcoin-Chart-Analyse. Heute noch kein Marktausblick, schaffe ich zeitlich ehrlich gesagt nicht, deswegen machen wir morgen dann den Marktausblick in aller Ruhe. Außerdem habe ich ein kleines Paketchen zugeschickt bekommen von Tangem, will ich jetzt auch erstmal noch dieses Wochenende testen. Also auch da könnt ihr euch dann nächste Woche möglicherweise auf ein Review freuen mit einem kleinen Gewinnspiel, schauen wir mal vorbei. Ansonsten, ja, bevor wir starten, trotzdem in dem Video schon mal ein Like da lassen, Abo da lassen und natürlich auch gerne die Telegram Talk und Signal Gruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt. Link dazu findet in der Videobeschreibung, gestern neue Podcast-Folge online gegangen, Thema 4-Tage-Woche und AfD und die Wahlen von letzter Woche oder vorletzter Woche. Hört da auf jeden Fall gerne rein, Link dazu alles, wie gesagt, in der Gruppe und weiterhin, wie gesagt, wenn ihr euch bei BingX registriert, einerseits habt ihr die Chance auf ein Merch-Paket, andererseits kriegt ihr eure 50 USDT an Free Trades, wenn ihr 100 USDT einzahlt. So, und damit würde ich aber sagen, gehen wir rein in die Analyse. Bitcoin Moment haben wir ungefähr 29.600 US-Dollar. Wir hatten gestern in der Spitze hier die 30.200 US-Dollar-Marke erreicht. Ich habe mich gestern mit einem Short verbrannt. Ich habe ihn nicht gepostet, war im Nachhinein auch, glaube ich, ganz gut, weil ich mich im Endeffekt verbrannt habe an diesem Short-Versuch. Wir sind dann, wie gesagt, wir haben ein höheres Hoch erreicht hier. Wir haben das hoch von den Fake-ETF-News dann erst einmal gereicht, die Liquidität abgegrast und seitdem konsolidieren wir hier weiterhin auf sehr, sehr hohem Niveau. Was mich jetzt hier ein bisschen am Chart stört, ich weiß nicht warum, wir hatten hier anscheinend irgendwie ein paar Volumina-Ausschweifungen. Wenn wir jetzt aber mal so ein bisschen zurückgehen, sehen wir, okay, wir hatten hier, wo wir unser Top im Endeffekt gebildet haben, noch relativ viel Volumen. Das zeigt uns auch im Endeffekt der 15-Minuten-Chart. Wenn wir da mal ganz kurz reingehen, da sehen wir im Endeffekt das Gleiche, dass wir hier noch eine relativ hohe Ansammlung an Volumen haben in dem Bereich der 30.200 US-Dollar. Und das ist eben genau der Grund, weshalb ich davon ausgehe, dass wir jetzt übers Wochenende einerseits weiterhin bullish bleiben, andererseits noch einmal eben diese Shorts hier oben nutzen können. Möglicherweise dann hier nochmal ein Short probieren, um dann, sage ich mal, zumindest abzuverkaufen in dem Bereich, ich sage jetzt mal zwischen 27.000 und 27.600 US-Dollar. Ihr seht hier unten die Ineffizienz, die würde ich mir gerne nochmal holen, um dann möglicherweise erstmal in einen richtigen Run zu starten. Wir sind weiterhin, und das muss man auch dazu sagen, in einem Bärenmarkt. Wir haben immer noch nicht die Marke von 31.800 bzw. 32.400 US-Dollar nach oben hindurchbrochen. Und weil es ansonsten sehr, sehr wenig gibt, würde ich jetzt gerne nochmal auf den Daily-Chart zu sprechen kommen. Wenn wir da mal ganz kurz reingucken, sehen wir, okay, wir haben weiterhin kein höheres Hoch erreicht, auch gestern mit diesem Peak nicht. Das heißt, wir sind weiterhin hier in einem Abwärtstrend gefangen. Und wir haben die Liquidität hier oben aus diesem grünen Kasten, den wir jetzt auch schon die ganze Woche immer wieder mal besprochen haben, immer noch nicht geholt. Das heißt, die Chance, dass wir hier nochmal zwischen, ich sage jetzt mal, 30.200 und 30.450 US-Dollar hochgehen, ist nicht wirklich verkehrt und ist auch eine absolute Möglichkeit. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was müssen wir denn diese Woche erreichen, um wirklich bullisch zu sein. Und darauf möchte ich mal ganz kurz in dem Wochenchart angehen und uns einfach mal ganz kurz die Weekly Closest, weil das hätte ich zwar morgen dann im Wochenausblick sowieso gesagt, aber trotzdem, vielleicht gibt es nicht alle, die hier im Endeffekt den Wochenausblick jede Woche mit 15 bis 20 Minuten angucken. Deswegen, jetzt mal angucken, also erster Step, der einigermaßen bullisch wäre, wäre, dass wir die 29.300 US-Dollar, das heißt hier, diesen Orderblock, diesen Bearition, den wir hier haben, dass wir uns diesen im Endeffekt halten, da drüber schließen, richtig bullisch, meiner Meinung nach, werden wir aber erst, wenn wir hier oben eben über der Marke von 30.300 US-Dollar schließen. Das heißt, das sind diese zwei Marken, auf die es diese Woche ankommt, sollten wir unter der Marke von 29.000 US-Dollar schließen. Dann ist es meiner Meinung nach ein kompletter Liquiditätsabgriff und wir müssen deutlich wieder mit tieferen Kursen rechnen. Das ist Step Nummer 1. Sollten wir, wie gesagt, darüber schließen, ist so eine 50-50-Wahrscheinlichkeit und schließen wir über 30.300 US-Dollar, bin ich erst einmal absolut bullisch. Das wäre jetzt, wie gesagt, der bullische Weg für diese Woche. Wenn wir jetzt mal hier noch die Hochpunkte hier ein bisschen miteinander verbinden, sehen wir auch, okay, grundsätzlich hat der Markt sogar noch Power bis ungefähr 34.000 US-Dollar. Wenn wir jetzt einfach mal nur die Hochpunkte hier ein bisschen miteinander verbinden. Zwischen, ich sage jetzt mal, 33.000 und 34.000 US-Dollar. Ich glaube nicht, sollten wir unter 30.300 US-Dollar schließen, dass wir das nächste Woche sehen. Denn trotzdem kriegen wir unseren bullischen Close. Ist das auf jeden Fall der nächste Widerstandsbereich, meiner Meinung nach. Auch weil wir hier oben eben auch noch so kleine Ineffizienzen zu füllen haben. Also es würde sehr, sehr gut passen. Was mal auch das Bearish nicht vergessen darf, das haben wir im Livestream schon öfters besprochen, dass wir immer noch die Andeutung eines Head-and-Shoulders-Chart-Patterns haben. Und das könnte sich im Endeffekt jetzt auch diese Woche invalidieren. Sollten wir nämlich auch eben hier über dieser Marke von 30.330 US-Dollar schließen, haben wir ein höheres Hoch auf der rechten Schulter. Und dann wäre grundsätzlich eben dieses Head-and-Shoulders-Chart-Pattern erst einmal invalidiert. Deswegen, das sind die wichtigen Punkte, auf die es auf Weekly-Sicht ankommt. Schauen wir einfach mal, was im Endeffekt passiert. Ich denke, übers Wochenende jetzt noch in irgendwelche Positionen reinzugehen, könnte meiner Meinung nach sehr, sehr fatal sein. Da müssen wir echt vorsichtig sein, bis auf eben diese eine Alternative, dass ich, wie gesagt, nochmal Richtung 30.200 US-Dollar schiele. Wenn wir dann da oben im Endeffekt angekommen sind und dann drunter schließen, das heißt unter diesem WIG schließen, ist das für mich ein Zeichen, okay, Bearish, wir hätten eine Bearish-Divergence auch noch dazu und könnten dann ganz in Ruhe in Richtung 27.000 bis 27.600 US-Dollar abverkauft werden. Gerne mal eure Meinung unten in die Kommentarspalte reinschreiben, was ihr davon haltet. Das sollte jetzt nur ein ganz, ganz kurzes Update werden. Wie gesagt, morgen dann der ausführliche Marktausblick mit Forex, Stocks etc. pp. Und jetzt eben nur das ganz kurze Bitcoin-Update-Video. Aber ich traue der ganzen Sache immer noch nicht. Wie gesagt, wir haben einen Konflikt im Nahen Osten. USA unterstützt da jetzt nochmal. Ich glaube mit, lass mich lügen, 100 Millionen Sondervermögen, was da im Endeffekt jetzt Biden wiederum gesagt hat. Müssen wir mal ein bisschen vorsichtig sein. Oder 100 Milliarden waren es. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr. Schauen wir mal, was da noch rauskommt. Ich traue der ganzen Sache nicht. Wir haben einen relativ starken Goldmarkt immer noch gestern wieder. Hier auf knapp 1.997 US-Dollar gestiegen. Weiterhin sehr, sehr stabil. Also auch hier momentan zumindest noch keine Korrektur absehbar. So, das war es dann aber auch von mir. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Samstag. Genießt das. Einigermaßen gute Wetter, zumindest hier momentan. Und dann würde ich sagen, hören wir uns morgen zum Marktausblick wieder. Bis dahin, ja, ich werde jetzt nochmal das Tangem Wallet testen. Gerne mal auch euer Feedback unten reinschreiben, was ihr von dem Ding haltet. Und ich werde es jetzt testen und dann werden wir uns nächste Woche das mal ganz in Ruhe anschauen. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay good.